Musik Hallöchen liebe LS-Gemeinde und damit ein herzliches Willkommen bei unserem Let's Play Projekt. Unser Lieber Opa Siegfried, der hockt da hinten auf der Bank, hier ist unser Opa Siegfried und der hat die Katze Uschi, jedenfalls hat Opa Siegfried und seinen Hof mit seinen alten Schleppern auf der Altenstein anvertraut und jetzt müssen wir daraus halt das Beste machen und ja mit dabei ist der liebe Manu der Sebi und ich der Samu. Der Sebi der komischerweise immer noch eine Frau ist. Der ist immer der Frau. Lass mich doch zeigen. Lass doch zu unseren Dreckern gehen, wir wollen pflügen heute. Dann fangen wir mit der Feldarbeit an. Wir starten mit dem obligatorischen Frühlingsanfang. Das heißt, die Felder werden erstmal vorbereitet. Groben, Groban, die ganze Geschichte und dann die Ansaat und dann machen wir jetzt schon mal soweit die Vorbereitung fürs Ansehen. Dass wir dann auch was zum Erden haben dieses Jahr schon hier. Wir müssen ja Kapital erwirtschaften, Jungs. Jungs und Mädels, ne? So sieht's aus. Ja, wir sind bei Null, ne? Wo sind die Traktoren? Junge, was seid ihr flott unterwegs? Ihr habt's aber eigentlich so. Mann, 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 Mann. So, hier sind die Prachtexemplare. Oh, das ist ein schöner Eiter, Eiter. Mann, 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 Mann. Aber welchen darf ich denn nehmen? Oh, ich mach mal nicht. Schöne alte Deutsche. Oh, ich sieht, was ich krieg. Oh, start mir die Kiste mal. Ihr wisst wahrscheinlich, welche Flüge ihr in den. Oh, ich fahr mal als erst. Oder fahr zu uns auch mal. Komm, komm. Ja, okay. Komm. Fahr du mal, Sebi. Ach, Sebi, du nimmst den Eiter? Ja, klar. Wir kaufen jetzt den Flug, oder? Wir haben das nicht so gemacht, das mit dem einer der Grober hat. Aber ich weiß nicht, so geschafft einer denn über den Grober. Ja, klar. Weil sie nicht zweimal den Grober raus. Ja. Ich glaube, der den alten Grober, den haben wir doch hier reingepackt, oder? Ja, der, 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 der. Ja. Ja, der, 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 der Der müsste hier stehen. Im Normalschaft. Ach, da hinten steht er ja, genau. Du weißt doch, ist der Bauer reicher, fährt der Eicher. Müssen wir gleich erstmal gucken, bei welchem Feld wir anfangen. Wie viele Felder haben wir denn jetzt eigentlich? Ein paar. Also doch schon ein paar. Müssen wir gleich anschauen. Gucken wir auf unserem Smartphone. 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 Smartphone und halben Treckerfahren, das kommt auch gut zusammen. So. Ähm. Wie gesagt. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Oder warum wolltest du dich dann? Was machst du denn jetzt? Wir fahren los. Ja. Aber lass durch die eine andere Einfahrt hier fahren. Hier vorne durch. Ich fahr dich näher. Ähm. Warte mal ganz kurz hier. Ihr seid so weit. Was machst denn du jetzt da? Zinkenwechseln. Der muss jetzt gleich mal sein Zinkenwechseln. Zinkenwechsel, was? Gerade erst angebaut. Ja. Ja. Opa Siegfried hat das schleifen lassen. Achso. Der das schleifen lassen. Das geht aber gar nicht. Sobald ich habe Exclaim Line Zylinder hinten. Oberlenker meine ich. Ja komm, dann lass starten. Und ich schau mal ganz kurz. Wir können ja... Ähm. Warte mal. Welches Feld war denn das? Ähm. Warte mal. Auf Flügen. Nur wenn nicht. Wir können direkt hier am Hofer auf der Vierer anfangen. Auf Weltflug. Ne. Ich fahr dir hinterher. Ich weiß. Äh. Ich weiß ehrlich gesagt. Auch nicht so lange lang. Doch, doch, doch. Doch. So. Ich kann auch die ganze kleine Alte. So. So. Dann tuckern wir mal los. Da auch mit dem riesen Tief. Ganz langsam und gediegen. Meine Bremse quetscht. Die müssten wir mal richten lassen. Ja meine Bremse quetscht aber auch nicht. Ja die würde ich ölen. Öl. Genau. Oder W40. Alter die Achsel geht vorne richtig mit. Die pendelt richtig geil. Ja das ist so eine Pendelmasse. Ich bin ja reicher. Das ist auch wegen Mod-Contest. Ich glaub GPS geht da nicht oder? Ne GPS haben wir leider nicht. Das ist so eine Scheiße. Ja auf der alten, ganz so alten Traktor. Brauchst kein GPS. Ich würde sagen dass wir den immer so rauf und runter. Aber das ist dann Bildflug. Deswegen fahr ich jetzt einmal so rauf. Ich kann den auch hier dann wegdrehen oder? Kleiner Tipp. Beim Bildflug würde ich in der Mitte vom Acker anfangen. Ja dann kann man auch. Aber lass doch erst hier. Wir stehen jetzt hier. Ja ne ich mein nur dann kann man von außen nach innen. Ich könnte ja den Acker nebenan schon mal. Ähm. Oder? Achso ja. Ja wir fangen einfach mal an. Wahnsinn der Dort hat aber auch zu kämpfen. Ich glaub ich's gleich sehen ob meiner ist überhaupt packt. Boah ich sink voll ein. Ich auch. Aber der zieht den Flott. 14. Gibt's nicht. Lol Jungs ich sitz auf. Ich bin abgesoffen. Abgesin? Da gibt's ja nichts mehr. Doch. Haben wir überhaupt irgendwas zum abschleppen? Ich glaub nicht. Doch wir haben ja die abschleppen gestanden. Ja wenn's nötig wird dann müssen wir den Sevi abschleppen. Ja. Ich hab mich schon bewundet. Ja. Ich hab mich schon bewundet. Es geht nicht. Eng. Haha. Äh Samo machst du das gleich so. Machst du die linke Seite und ich fahr hier gleich rechts am hoch. Genau. Ja machen wir's ja. Jungs. Ohne Scheiß. Es geht nicht mehr. Ich hab mich schon bewundet. Ohne Scheiß. Guck mal her. Ich häng fest. Ich sitz auf. Du sitzt jetzt schon auf. Ja guck doch. Dann wechsel den Träger. Das hat ja keinen Sinn. Ich komm ja nicht mal mehr raus. Ich hab das Ding schon abgehängt und komm nicht raus. Du sitzt nur fast oder? Nee. Heilat nee. Oh Samo guck doch mal raus. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Noch niemals im Wochenende. Nee. Dann machst du nix mehr. Kannst du mal abhängen und trotzdem weiterfahren? Ist doch schon. Dann machst du nix. Oh sei weh. Was machst du denn hier? Na guck mal. Aber jetzt aber. Dann will ich nicht durch. Da passiert gar nix. Doch der dreht sich aber. Wenn ich erst mal auf der Wiese bin. Ja. Oh Mann. Ja nimmst du den anderen oder? Ja deswegen will ich sagen. Der Götner der weiß nicht wie du bist. Du musstest bitte den Größten grubbern nehmen. Hier. Guck mal. Oh der arme Eicher. Der kommt trotzdem noch auf. Aber ich will nicht dass ich den Riesen mit rüber. Oh Gott. Guck mal. Der kam ja auch noch auf. Aber dann musst du echt den anderen holen. Das ist ein Wunder dass er gar nicht hoch geht. Ja das ist wegen der Ladefläche wahrscheinlich. Ja. Ich glaube wegen der Langbauweise. Ja. Jetzt muss ich aber auch erst mal hinkriegen. Du du kriegst alles. Mann Mann. Aber der Eicher ist gut zum Getreide fahren. Ja. Und vor allem wenn man Geschweine füttert. Ja. Mit dem Sport der echt Getreide sagt. Genau. Das machen wir dann auch so. Ja. Ja. Wir haben ja auch diese Saatflutgesäcke mit drauf. Genau. Die Kameras da einladen. Und auch die Schweine. Ja. Das ist ein richtig cooler Flug. Wahnsinn. Ja. Mir gefällt der eine Flug mit den Reifen zwei auch. Ja. Den anderen Flug. So nennt man den ja. Mein Vater hatte vorher auch so einen. Ja. Das ist halt das Schöne daran. Warte mal. Ich mach dann da weiter. Ne auf jeden Fall. Dafür braucht man dann keine Hydraulik. Also ich habe ja anfangs auch geplant. Ja. Aber du den kann man auch nehmen wenn ein Stepper sagt dass man nicht so viel Gewicht hat. Ja das ist praktisch. Ja. Aber ich glaube dein M.A.L Samo den hat Vorteile durch Allrad. Ja. Ja. Der Gültner den hat ja auch ein Allrad. Also ich würde gerne noch wissen dass du auch ein bisschen erzielt wurde als Hachner Schöne. Die eine. Das eine Fell was du hier Dings gemacht hast. Jetzt gesehen. Was du da angefangen hast. Das war schon vorher vollkommen. Vor Nachbar. Mann Mann Mann. Oh. Oh. Steckt weiter fest hier. Wir kommen die mal raus. Der nächste. Der steckt. Der steckt. Der ist doch nicht mehr ein. Der Deutsch der kommt sogar raus. Mann Mann Mann. Bleibt mich schon am Durchdrehen. Hält der Brocken den Hydraulik? Ist doch nicht traulig. Der hat halt. Ich zeig jetzt mal. Eine etwas höhere Luftkraft. Der kann nicht mehr heben. Hat aber leider keinen Teil. Der Pflug arbeitet doch mit Hydraulik. Ich meine ich. Jaja. Nein. Aber der ist ja ein anderer Flug. Der hast ja mit Deichsel angehoben. So. Ja. So. Ja. Ja klar. Ja ja. Aber er braucht auch Fluch halt ne Hydraulik. Ähm. Ja. Das läuft aber über Hydraulik. Also über Hydraulik Anschluss. Ja ja. Ja ja. Ja. Ah ja. Der zieht den hier mit 15 kmh durch. Ja deswegen. Der ist ja besser. Warum? Ich komm durch die Fusche nicht mal durch die selber machen. Da bleib ich dran hängen. Aber ich zieg auch richtig ein. Beispiel wie die Kühle. Oh. 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 Was los? Ich hatte gerade ein paar Statschen. Oh. Oh. Mach auf viel Statschen. Big A gleich gebaut, da gehen wir nennen wir es doch so. Ja, würde ich auch sagen. Aber manchmal hat diese DOS auch zu kennen. Aber ist ja auch eher zu 4-Scharf. Und ich wollte erst ein 5-Scharf nicht sein. Aber ich glaube, wir haben ja noch im hinteren Bereich, haben wir ja noch die anderen Felder. Da glaube ich nicht, dass wir 2 Trecker aneinanderpacken müssen. Da müssen wir auch einen kleinen Berg aufnehmen. So, hier geht es doch. Hier geht es doch echt nicht. So ein Lenden-Opal-Neun. Ja, da müssen wir uns ja den Stein ziehen. Da müssen wir echt den Stein ziehen. Aber ich hing hier... Ich komme hier nicht durch die Früche durch. Ich darf gar nicht so weit die Früche ziehen. Also hier am Ende der Vorbereitung. Ich häng schon wieder fest, das gibt es doch nicht. Guck mal was er haben. Ich häng fest. So ne Scheiße. Ist das denn so ein Matschig hier? Weißt du mal wie ich mich gefühlt habe? Bei mir habe ich es auch manchmal, da kann ich ihn so richtig schnell, aber dann plötzlich gibt er richtig nach. Also da kann ich nur noch Trinkammer. Also die Bodenbeschaffenheiten sind schon verschieden, meine ich. Ja. Das kommt auch zum Teil wie in den Grunge. Wir kommen zum Beispiel. Oder mit denen wir... Ja. Ja. Ne, aber wir kämpfen uns zufrieden. Okay. Ja. Irgendwann kommt ein Tausendbruch, der hilft dann. Ja. 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 Ja, ich glaube, wir haben gar nichts im Kapital. Nichts. Wir haben echt gar nichts. Wir mussten hier noch einiges auftreiben. Dann die Ersatzteile von einigen Fahrzeugen hier noch. Und dann müssen wir echt viel investieren. Und die Mietkosten von dem Auto, was wir uns jetzt geholt haben, von den Lackbahnen, oder so... Wie ist der noch vorne? Der, der, glaube ich, so komisch. Na, nicht so komisch. Na, nicht so komisch. Ja. Herr Kostlowski oder wie heißt der Kostlowski? Ja, ich weiß gar nicht, wie der Typ wie aus dem Dorf reißen ist. Weißt du so ein alter Polo oder so? Ne, ich glaube, das ist ein Russe. Ein Russe? Ja, schon. So. Ich habe ihn immer von Polo gehalten. Aber ich glaube, unser Kühlen geht es gut hier an der Russe. Wir sind ja direkt hier am Polo. Die Kühler gucken uns wirklich direkt zu. Ja. Obwohl es schon ein bisschen fein ist. Wir haben es ja... Wir haben es ja... Viel Grad. Ne, viel Grad für... Wir fühlen sich da erst recht wohl. Ja, die lassen sich schon an Fell wachsen oder was. Was ist jetzt? Acht für einen Bremsblick, der Karel hat. Das ist manchmal extrem. Ja, meine Bremsen, die quitschen dann auch so ein bisschen. Ich habe mir gesagt, einfach mal Bremsen ölen und dann geht es schon. Bremsen ölen. Ja. 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 Aber der Deutsche, der schlägt sich da vor. Mit einem 4-Sharp-Blo oder mit einem alten D-80. Ja. 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 Davor waren so etwas ältere Reifen da drauf. Die waren schon für groß. Ne. Alles abgefahren. Ja. Absolut. Wie alt ist jetzt dein Träger? Ja. Wie alt ist der? 70er? Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Du bist jetzt auch schon. 60 Jahre alt sein. Ich weiß ja. Ich denke schon. MN kam nach Porsche. Porsche ist 1955 pleite gegangen. So früh schon, oder? Ja. Ja. Das ist echt schade, dass die Trucker-Marke Porsche verschwindet. Porsche war damals der Fan vom Preis her. Teuer. Ach so vom Preis her. Und vom Preis her auch. Hast du den Schwierbeck? Ja. Wir hatten den großen Wendeweg hier. Die besten Traktoren waren sowieso Hanomag. Hanomag, ja. Das waren richtig 4.000. Mein Vater hätte damals im Haris Breite auf einer Aktion den Hanomag-Brilliant 600er bekommen. Aber er war auch relativ günstig in der damaligen Zeit. Aber gut. Das haben da schon 10.000 Mark damals. Oder 8.000 Mark gelassen. Ich meine, das hat man sich früher in der Landgeschichte konnte man sich das nicht verweisen. Heutzutage ist man fast dazu gezwungen, um so einen schönen Schleppern zu holen. Ja. Bei dem weisen. Samu, hast du denn hier unten was vorbekommen? Ich bleib da oben. Ja. Mach ich, ja. Da soll ich nochmal hochfahren. Das ist sehr frisch. Ich kann auch anschließend nicht mehr hochfahren. Ja. Dann fährst du nochmal runter. Aber es ist recht frisch. Also ich weiß nicht mehr. 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 Wir sind ein bisschen rüttemberig. Oder wir sagst du noch mal. Also ich habe mir eine lange Unterhose schon anzogen. Achso, ein langen Hinni nennt man das auch. Ne lange Unterhose. Wenn du nur Samu an, dann wird ein Tomate schwach. Hätte ich so reizt. Ja, wir sind doch eh verheiratet von denen, ja. Awww. 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 Ich bin hier mehr am wenden als am fahren. Du hast ein bisschen was vom Grasfeld gegrubbert. Das ist das, wenn der Grupper nicht schnell genug... Oder wenn er ein... Ja, dann muss man ein bisschen aufpassen. Nein, wenn der ablässt... Nicht nein sagen! Aufpassen! Nicht nein! Ja, die Walze... Die Walze hin, die Arbeit. Baby! Schügt mal von hinten! Ich komme hier nicht weiter. Der fährt so wieder weg. Du hast doch vorwärts gefahren. Ah, hier hast du es nicht. Ja, doch. Du kennst dich da vor. Voll mit deinem... Ja, auf deinem Gefühl in der Fall. Das ist schon los. Aua, was für ein Ringverhalten. Aua, aua, aua! Das tut ja so als ich echt bochte. Ich darf mich nicht zusammenfahren hier. Eine Bahn darf schon. Auflassen. Anfangs drehen die Reifen mehr durch, als ich vorkam. Ja, das ist schon normal. Man hat einen Faustschuhdeich und dann geht's auf einmal. Ja, ich mein... Ich glaub auch schweren Boden, das ist ja nicht... Das ist kein leichter Boden, aber auch kein nasser Untergrund zu holen. Vielleicht jetzt mal morgen. Und das Küchen oder so. Da könnte man mit Donen jetzt in der D80 gar nicht jetzt... Scheiße. Schon sag ich's und bleib schon stecken. Das gibt's doch nicht. Früher ging das auch. Hier, Sabo, kannst du mich mal ein bisschen mit deinem Frontlader hinten anschieben. Ich kann echt stecken. Das gibt's doch nicht. Jaaa, danke, danke. Oh, oh, oh. Oh Gott, oh man. Ich komm hier gar nicht mehr raus. So, jetzt aber. Ich muss mir die Fischen zufrieden bleiben. Muss der Gürtner jetzt euch gleich helfen. Oh, das gibt's doch nicht. Abschleifstangen. Hey, das ist ein Sabo. Am besten waren wir jetzt beim nächsten Feld mit dem Pflügen, dass Sebi und Manu zusammen Eierpflügen. Richtig, Abschleifstange. Weil ich mit Abschleifstange. Sagen wir das mal. Ja, aber da bin ich ja eventuell nicht mehr da. Weißt du los? Ja, bloß Special Gas. Das macht diese Bahn hier noch dann perfekt. Den Rest kann man dann halt... Das ist ja gar nicht mehr. Das ist ja gar nicht mehr. Das ist ja gar nicht mehr. Immer wenn du dich gleich beschuldigt. Also, ihr müsst schon bevor, dass in der Zeit, wo wir jetzt den Acker hier geflügt habt, habe ich den anderen Acker geägt und gleichzeitig Euro schon zur Hälfte. Ja, wie lahm wir arbeiten. Ach, wie lahm wir arbeiten. Du hättst nur mit deinem Acker weitermachen sollen, ey. Deswegen, du, dann wärst du weiter unter anderem gewissen. Ja, danke Samu, fahr mir den Weg. Wieso, ich bin hier doch. Das ist mein Feld. Siegenflüg hier. Mann, 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 Mann. Mann, Mann, Mann. Ich bin hier noch zusammen und ne, komm. Kannst du mir noch ein bisschen helfen, mir vom Feld entscheiden? Das ist ja schade. Das ist ja nicht anders. Ich habe mich auch schon wieder festgelegt. Das gibt's doch nicht. Aber langsam, langsam. Meine alte Lady hat's nicht so gern hart verhobt. Komm, 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 komm. Komm, gib volle Pulle. Ja, komm, was ist denn das? Oh, komm rein. Oh, komm, 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 komm. Wo will ich mich denn? Ja, super. Besten Langsamung. Ja. Dann würde ich sagen, dass wir schon fertig sind. So. Einmal noch ein Teil zum Fliegen. Was denn? Was denn? Da muss ich ja erstmal tanken. Achso, jetzt sind wir jetzt schon am Ende. Genau, aber ich muss ja echt sagen, wer kann immer Ende öffnen? Wahnsinn. Ja, nur richtig guten Klang. Ja, ja. Wurde ja einmal restauriert, oder? Aber ja, das ist ja immer gut. Nee, nee. Nur gut behandelt, weißt? Der original Lack hat er doch. Ja, ja. Einmal kurz einsteigen. Ja, ja. Wenn du jetzt den Frontlader hochmachst, dann ziehst du den... Scheibe kannst du dazu ihm machen. Ja, wenn du den Frontlader hochmachst, dann ziehst du dieses Pedal, wie es sich auch bewegt. Wie das hier. Achso. Ach stimmt, den Hebel. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Wirklich schöne Sachen. Bewegt sie auch mit, ja. Schöner Schlipper. Wahnsinn. Wir gucken erstmal, was der hier... Der ist hier noch fertig am Groban. Hm. Der mit seinem alten Güldner. Den Güldner finde ich auch echt klasse. Der hat eine Menge Vorteile. Hast du den Schutz noch? Nee, ich wollte gerade sagen. Was hab ich? Aber Beifahrer hat er netto, oder? Nee. Gerade. Kannst du dich gerne auf die Kurzflüge setzen? Würde ich gerne machen. Früher als kleines Kind müssen wir da immer mit fahren. Aber ich glaube, das sieht lächerlich aus, wenn so ein Erwachsener neben so einer Frau hockt. Und die Frau besser fährt als der Typ, ne? Ja. Ungefähr. So, Samu. Ich denke mal, wir sind jetzt am Ende angekommen. Der Sebi macht hier noch das Feld fertig. Jo. Also, damit wollen wir einen großen Dank an euch ausprechen, dass ihr zugeschaut habt. Und wünschen euch noch einen wunderschönen Abend oder Tag. Je nachdem, wie ihr euch die Folge anschaut. Ja. Am besten ein Like und ein Abo dalassen. Würde uns sehr freuen. Und vielleicht, wenn wir das Intro reinsetzen sollten, dass ihr uns mal einen Support gebt, ob das euch so passt oder nicht. Weil, dann nehmen wir es auch aus. Das möchten wir mal gerne von euch wissen. Ja, genau. Ob man das so lassen kann. Vielleicht habe ich ja nochmal vor, das ein bisschen zu bearbeiten. Aber man muss auch echt sagen, derjenige, der uns das Intro gemacht hat, der hat da schon echt viel Arbeit investiert. Wir möchten einfach nicht das Intro irgendwie so verwerten. Ein bisschen mehr schauen. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Intro findet. Was man verbessern kann. Wie überhaupt die allererste Folge. Wie euch das gefallen hat. Wie es bei euch ankam oder so. Was man noch machen kann. Ob eben Vorschläge da sein sollten oder so. Das könnt ihr alles gerne in die Kommentare schreiben. Ja. Wir sind da sehr offen und nehmen jeden Support an. Deswegen. Wir sind auch sehr aktiv unten im Chat. Wir beantworten soweit es geht. Wir haben ja eigentlich immer jede Frage oder jede Aussage von euch. Ja, genau. Also damit wollen wir auf Wiedersehen sagen. Genau. Bis zum nächsten Mal. Nö. Nö. Einfach nö. Du hast ja alles schon gesagt. Alles klar. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.